Seitdem machst du draußen und es läuft besser. Altimia ist online. Platz 1 gegen Platz 2, oder? Titel! Titel! Bitte gewinn! Was, 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 was? Platz 1 gegen Platz 2 ist ein Titel, Mann. Du musst mal bitte gewinnen. Die haben so viel mehr, warum haben die so viel mehr? Liegen Sie an, aber das ist das einzige Platz 2. Hat das die Diopad das einzige gewinnen? Genau. Ich glaube, der hat ein Powerbuck hier hinten. Geht er nach hinten. Oh ja. Na ja, Serious nachbauen. Wie, warum macht Serious? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, der hat auch gutes Salm. Ja, weil der Bogen noch umbauen, ne? Ja, weil der Bogen noch umbauen. Ja, aber Hyperbiest ist schlecht. Nein, was machst du denn? Den abbauen. Hä? Die Blöcke wollen, ich komme nicht falsch. Ich muss ja auf, die droppen nach ganz rechts, irgendwie. Die ganze Zeit. Hä? Wir müssen down gehen eigentlich, Narnox. Wir bringen hier oben nichts. Äh, push. Äh, jetzt ist eh zu spät. Es ist ja auch ein Rockler. Narnox, der wird gleich stoppen. Ich stoppe dich nicht. Der wird gleich, der wird gleich, der wird gleich Rockstorm. Komm. Nein. Hinter dir, hinter dir. Nanox, Nanox. Äh, save it. Mann, Digga! Was? What? Alter, wie kann man so dumm spielen, Alter? Booster. Das kann nicht sein, Alter. Wie kann man so viel Glück im Leben haben? Rod has wanted, Nanox. Dann bist du auch High-Fake. Was ist das für ein... Ja, Digga, ich kann gar nichts machen. Was soll ich denn machen? Dufflet, was ist das für ein Spieler? Warum hat der so gut das Rod? Hat der früher irgendwie nur in Singleplayer-Mobs gerottet? Ja, ja, Serious, da bist du High-Fake. Weil ich Rock bin. Ey, Bro is wanted, Bro is wanted. Alter, ja, jetzt hat alle... Nice, schön werden wir's tun. Weil dieser... 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 Dieser Dufflet, ne? Wirklich, der hat so kein Leben. Dieser Dufflet war safe wanted, oder? Lass die unten nicht so weit kommen. Wenn die irgendwie uns jetzt so eine ganz kleine Side-Pay ist. Ja, dieser Dufflet, der muss so wanted gewesen sein. Wir haben ihm drei Hits in der Luft gegeben. Er hat einfach halbes Herz überlebt, mich nur weggeroddet. Und locker ganze Zeit rum mich schrien. Martin, komm runter und hilf mir! Jetzt baut diesmal... Früher Bovis und Früher... Ja, ich bau direkt, ich hab zwei, sechs Blöcke dabei. Ja, dann bau ich direkt mit Pebic, oder wie? Bovis gerade bei denen bauen, die haben noch kein Basebron. Boaust du Pebic, ja. Ich denke, ich zähle zwei ECs mit. Sicher? Schon ECs? Ja. Wollen wir nicht instant auf 13er schwitzen? Ich würd lieber instant auf 13er schwitzen. Nein, die gewinnen einfach die ganze Zeit. Was? Ja, die gewinnen gegen Luma, die gewinnen gegen Soy. Warum? Die sind echt nicht schlecht, weil Zepp und Niklas sind gut. Sirius spielt gut. Ja, Sirius und Niklas sind krass. Das wird mach' so ein Basebron, ja. Aber all I feel is Nice Haha Oberste, oberste laufen, oberste laufen? Ja Der hat noch 2 Hits verloren Ok, also Wermis die Runde, weil ich kicken noch in den Notion Es ist einfach nur so lächerlich, wie scheiß dieses Game ist Ich baue einen Block ab, 5 Pfeile fallen mich rein Einfach so Von einem Block, der eigentlich 2 Black von mir entfernt ist Treffen mich, natürlich, natürlich 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 mein Gott, natürlich Digga, Wermis hast du davor 8 Stunden gespielt, oder wie bist du eigentlich gespielt? Nein, ich war eben 4, 5 Er hat mich zu hart Nein, oh mein, Alter Was, die hat mir die E-Bails gelapst, Digga? Ah, an der Xbox Hahaha Junge Die wissen nicht mal, wie EW-Lan-Router funktioniert Ich fragte Vytux, ob wir CW spielen wollen Ich glaub nicht, was? Savage? Was? Bleibt Vytux grad? Ja Also wirklich, wir haben jetzt einmal E-Low, also mehr E-Low als die Weil die die ganze Zeit auf E-Low gecampt haben Ja, schreib echt Schreib echt Digga Davor die ganze Zeit nicht spielen Die spielen gegen gar keinen Aber einfach bloß auf E-Low gecampt Die kleinen Wichser, Alter Jetzt spielen sie Jetzt spielen sie Wir hoffen auf ein paar Luck-Wins Nein, nein, wirklich Jetzt spielen sie in Sim wahrscheinlich gleich aus der Top 10 raus Ich hab Vytux jetzt auch Was oberst du? Was? Oh, was? Hier hängt einfach so weit Was? Wieso? Du brauchst das einfach Hat der einen Gap? Ja, der hat Gap-Land-Tus, oder? Ey, der hat Stärk-, äh, Eisenswert sogar Ey, vor allem Benni hätte ich ihn wieder dann getroffen Junge Ey, also jetzt, jetzt reicht's eigentlich, ne? Jetzt mal no joke Perfekter Anker zu sehen Das ist der absolute Anker zu sehen Das ist der absolute Anker zu sehen Nein, absolut nicht Weil ich am Anfang so zweimal ausgerastet bin Wegen Duff-Litze, WBW, Hurensohn, Fettsack, Hurensohn, oder? No joke, alles ja Und einmal wegen, äh, wegen diesen Scheiß-Blocken-Dingern Weil die Pfeile mich getroffen haben Obwohl ich zwei Blöcke entferne war Und jetzt, aber mal real joke, wir haben dies Platz 1 geschafft Digga, das war, das war Digga, das war, das war Digga, das war's ein Ladder-Emity vorne reingemacht Oder war das Ladder-Emity? Nein, ich hab wei Oder die haben die ganze Zeit non-Beat-CQ gespielt Und haben dort halt Die ganze Zeit Fynn-Winzen Verboost Zwei Heaps Noch ein Kriegst Dann wäre er Savedown Boah, die sind so bad gerankt Und hat sieben Ey, ich frag mich echt, was Luma-Army macht, Junge Die spielen ja echt Zwei CWs pro Tag Wie können das denn die so lange halten? Das geht gar nicht Okay, wir haben zwei gespielt Ja, 1624 Okay, hoi, hoi, hoi Schau, wie das wird I always turn my back Yeah And I wanna feel something But all I feel is pain I wanna make a change I wanna make a change Na, ey Ey, wie kann man das doch reinlacken Nein, 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 nicht springen, nicht springen Nils Er ist vorne doch, spring drauf, Digga, er ist vorne Ich hab'n Stick, ich hab'n Stick Hast du dich Picke? Nein Oh, ich hab'n halt so gegeben Und dann... Hä? Hat er kein Lop-Hit mehr bekommen Nils Ich hab' das Gold schon wieder, warum riecht das denn mal? Nee, ich hab' gesagt zu ihr, ich wollte in mich reinschoppen Du musst den jetzt holen Ich zähl' noch, ganz kurz Ich hab' halt nur Logo kassiert, ey So schlecht eigentlich Ich hab' halt den dritten drauf, ne? Nee, das war nicht der richtige dritte Der hat aber auch ein Schwert Auch? Der andere hat auch... Der andere hat auch ein Schwert gehabt Ja, der Bogen ist halt relativ... Der Bogen ist halt weit über mir Ey, der ist komplett retarded Der baut sich so komisch safe Der ist ab einem Punkt nicht mehr safe Mein Gott, hätt' ich noch Hilfe bekommen, wäre er raus Ist halt... Einfach nur grad gay gewesen, die Runde Digga, der ist happiest in Sie Hätt' ich schwöre, wäre Savage nicht drauf gegangen Am Anfang Ja, Junge Ja, ehrlich Oder hätten wir grad noch den Zweierbogen von Savage gehabt Achso, das meinst du? Ich hab' mich direkt noch beim Stormen Hätten die dann einfach tot stemmen können und dann das Wedge Ich glaub' jeder hat sich gefällt Also Savage hat auch gefällt Ich bin zu viel drauf gegangen, da waren die ganze Schafe noch im Weg Das ist immer irgendwo beim Ende war grad so los Ey, ich bin die Leiter, ich wollte runter gehen Ganz kleines Stückchen Geh' runter, auf einmal geht Tastatur nicht mehr Und ich geh' immer weiter runter So treff' ich den nicht Ich glaub' eben hat jeder außer Nico was reingefällt Konnt halt nix machen Ja, ich mein' jeder... Ihr seid ja beide auf Bett gegangen eigentlich Ich mein' ja auch jeder aus Tastatur hat reingefällt Ist eigentlich seid ihr beide eigentlich auf Bett gegangen? Ne, ich bin nur in Stärke, aber die ganze Schafe waren noch im Weg Und der wurde nicht getwetet von der Reisenschrift Stärke, weil er gewonnen hat Boah, wirken mal, wie sie sich einbauen die ganze Zeit Ich hab' dann noch kurz Zeit geholfen Ich hab' dann noch kurz Zeit geholfen Was macht er denn? Was macht er denn? Er probiert irgendwas abzubauen Boah, Leiner von Leichmopedic bauen Kannst du hier rein zwölfen? Ich weiß nicht, wir können hier die EZ auch holen Deiner hat vier Shorts Hier links Der hinterer dürfte es sein Soll ich rein, Neitz? Soll ich einfach rein? Der andere hatte grad auf... Ey, 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 ich hab' keine Blöcke mehr Die kosten mehr? Nein Ich hab' keine Blöcke mehr, Adolf, muss jetzt rein Ich hab' ne Leiter, Remis? Ja Kannst du vielleicht ja versuchen, an einem Block da dran zu stecken Wenn mir ein Bunger abnimmt, ich kann eigentlich bei einer Save Leiter, Melchie 2-1 noch da Ich hab' keine Blöcke mehr da noch, du musst rein In Neitz, ich kann die gleich locken dann Nice Ah, das Bett, oder? Ja Ah, das Bett Ja Ah, das Bett Nice, Digger Hier ist der Sonne Der Ultra ist weg Der Ultra ist weg Der Ultra ist weg NICHT Oh, ganz krass, der Paul Oh, ja Der Ultra ist weg Untertitelung des ZDF für funk, 2017